Hallo, Grüße zu Mittestages von Rundmittelska Winter. Heute der Benkawitz. Moment, ich schaue mal weiter. Also liebe Leute, Grüße zu Mittestages, wie fast jeden Tag. Heute der Benkawitz und zwar ist er von Pixi Hartmann und ich soll seine Schwester Ramzi Hartmann grüßen und seinen Freund Markus von hinten. Also der Benkawitz, der geht so, was ist der Unterschied zwischen Investmentbanker und einem Spielsüchtigen? Die Krawatte. Was ist der Unterschied zwischen Investmentbanker und einem Spielsüchtigen? Die Krawatte. Mit Erklärung. Investmentbanker sind bei der Bank und die handeln mit Aktien und so weiter. Und bei der Bank ist Pflicht, dass man eine Krawatte trägt. Und Spielsüchtige sind das Thema Automaten und schmeißen einen Euro nach einem anderen in Automaten. Und die sind in Jeans und Gammelhemd und so. Und die verzocken das Geld und die Investmentbanker verzocken auch das Geld. Also der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, der Investmentbanker hat eine Krawatte und der Spielsüchtige eben nicht. Okay, ciao, Grüße. Bitte abonnieren.